Na alle zusammen, hier ist wieder heute Lounge, heute wieder für euch in Shedderlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Party-Sink-Kisten. Und dazu war ich schon fleißig, habe wieder ein bisschen im Party-Sink gequestet. Und jetzt habe ich hier mit dem Hexer insgesamt wieder 20 Stück zusammen. Und ja, wir brauchen insgesamt noch vier Items. Einmal die Rube, dann die Gelenkbänder, das sind wahrscheinlich Handgelenke, die Gugel, das wird der Kopf sein und die Kordel ist wahrscheinlich der Gürtel. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und ich hoffe, dass ich den Hexer vielleicht damit auch fertig kriege. Erstes Item, natürlich der Stab, den brauchen wir schon mal nicht. Nochmal der Stab. Den Rücken, okay, den brauchen wir auch nicht. Ah, here we go, da ist die Rube, dann sind es nur noch drei. Nochmal der Stab. Hosen, die brauchen wir auch nicht. Schultern, die haben wir auch schon. Nochmal die Hosen. Nochmal der Stab. Komm, jetzt gib mir nochmal die anderen Items. Trinket, das bringt nichts. Nochmal die Rube. Ah, da haben wir die Kordel. Dachte ich mir, das ist der Gürtel. So, Handgelenke und Kopf. Trinket. Ring. Ah, der Kopf. Okay, fünf Dinger sind es noch. Wir brauchen bloß noch die Handgelenke. Hm, Hals. Nein, die Waffe. Komm, bitte. Ich will nicht nochmal Kisten fahren müssen. Nein, nochmal die Kordel. Zwei Kisten sind es noch. Jetzt wird es echt spannend. Teufel, Seelen, Gelenk, Bänder brauche ich. Neuter Stab. Und letzte Kiste. Nein. Wegen einem Scheiß-Item. Okay, naja gut. Zumindest haben wir drei von vier bekommen. Und ja, sobald ich wieder ein paar Kisten zusammen habe. Eine habe ich ja schon mal hier. Ähm, melde ich mich wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das letzte Item da einmal noch rausbekommen. Ich verabschiede mich an der Stelle, habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.